Okay, das muss ich einmal so hinnehmen. Ich glaube euch, dass ihr aus der Zukunft stammt und dass ihr um die Gefahr wisst. Die Statue ist bekannt. Was die anderen Schlusssteine sind, die der Erwäscher und die meiner Herren, wird meistens unter der Hand gehalten. Die Frage ist, inwiefern diese Schlusssteine überhaupt für uns wichtig sind. Ist einer von ihnen ein Gürtel? Der Semal El-Sulev, der Gürtel der Schönheit, ja. Er ist einer der Schlusssteine. Und er kann hier nicht entfernt werden. Ebenso wie die Statue hier nicht entfernt werden kann. Sollte eins der Siegel brechen, werden die Leviathanien frei und die... ein Magnum Opus würde ausbrechen. Wechsen, nicht wahr? Rashtul Al-Sheikh, der sagenhafte Krieger von Avesha und Walad Kilevatan haben einst vor grob 2000 Jahren diesen Krakia-Cash, in dem wir hier gerade uns befinden, verteidigt und erbaut. Unter der gesamten Stadt befindet sich ein Portal in die Niederhöllen, was sie verschlossen haben. Oh, aber... Dann könnt ihr doch den Tetraïda nutzen. Heute ist euer Tag der Erlösung gekommen. Der wiedergeborene Rashtul Al-Sheikh ist gekommen, um euch zu erlösen. Mit Senderhilfe wird das Portal ein für allemal geschlossen werden. Ich deute während des Nofrofim. Sie nickt? Absolut. Er kann so... sowas. Die Vierde werden die Schlüsse, Steine entfernen und das Portal einfährt allemal fähre Siegeln. Jetzt lüge ich mich übrigens sehr dreist an. Ich habe keine Intention, ein einziges Versprechen auch zu außen einzuhalten. Ja, dann Rufel. Sie schütteln trotzdem mit dem Kopf. Die Schlosssteine. Die Schlosssteine können nicht entfernt werden. Was meint ihr damit können? Ich dachte, mein... Solange das Portal geöffnet ist, eine Pforte in die Niederhöllen, könnt ihr die Schlosssteine nicht entfernen. Was sie meint ist, sie dürfen nicht entfernt werden. Richtig? Ich hätte eine Frage. Wisst ihr, wann genau dieses Portal geöffnet wurde ursprünglich? Ursprünglich. Mit den Echsen vor... vor unserer Ankunft. Vielleicht vier oder 5000 Jahre. Echsen, okay. Vielleicht in einem anderen Zeitaltern. Ihr habt also kein spezifisches Datum. Andere Zeitalter. So weit können wir nicht zurückreisen. Vielleicht... Vielleicht können wir einen Kompromiss finden. Die Frage ist, wo sich der C-mal El-Zulev in unserer Zeit befindet. In unserer Zeit ist Yerakesh nur noch eine Ruine. Warum, wissen wir nicht. Oder wie es dazu kam. Aber es ist doch kein Portal mehr da, nicht wahr? Nun, keines, das wir bemerkt hätten. Weil jemand den Mut hatte, es zu verschließen. Oder das Unblick kam über Yerakesh. Dann wäre das Portal ja noch offen. Nicht unbedingt. Haltet endlich die Knappe da drüben! Sprech jetzt halt da, Solamin. Nun, es könnte sein, dass wir den Gürtel nicht in dieser Zeit entfernen müssen. Wenn wir wüssten, wo er ist, könnten wir ihn möglicherweise in der Gegenwart noch dort finden. Es sei denn, er wurde entfernt. Aber wenn er in der Gegenwart nirgendwo ist, weil ihn hier jemand genommen hat... Aber da wären wir wieder bei der Kausalitätsfrage, die Abelmir ja schon sehr schön beantwortet hat. Es geschieht, weil es geschehen muss in der Vergangenheit. Nicht wahr, Abelmir? Ja, in der Tat. Etwas wird hier passieren. Ich bin verwirrt. Gestert mir das zu. Das ist nicht schlimm. Ich kenne eure Zeitlinie, nicht nur die meiner. Und ich weiß nicht, was noch passieren muss. Nun, äh, ich könnte euch das Ganze zeigen, wenn ihr vielleicht etwas, ähm, ich weiß nicht. Habt ihr etwas, um meine Astralkraft wieder aufzufüllen? Da müsste ich einmal auf dem Markt herumfragen lassen. Hier zumindest nicht. Nun gut. Ich könnte den, ähm, ich könnte den Stadthalter bei Odan von Bosparan fragen. Er hat einen Magister Aulus bei sich. Vielleicht hat er welche. Oh, das wäre hervorragend. Sollen wir den Stadthalter dazuholen? Oder auch, äh, ihr habt mal Asad-Balkalim? Ich glaube ja, das wäre hilfreich, oder? Zulomin zuckt die Achseln. Nun, es ist immerhin seine Stadt, um die es geht. Und vielleicht wäre es tatsächlich hilfreich, wenn Boltax euch Einblick in unsere Zeit gewähren kann. Sie nickt. Also gut, dann folgt mir. Wenn ihr, ja, nach draußen tretet, äh, an dem Brunnen vorbei, riecht wieder die frische Luft. Äh, könnt dann, äh, noch einen Schluck von eurem, ja, Pfirsich- oder Orangensaft trinken. Seht noch einmal der Orgie zu, wie sie sich da vergnügen, während, ähm, ähm, Satrapiner wohl mit dem Stadtherren und dem Stadthalter von Bosporan hier sprechen. Und dann könnt ihr gemeinsam, ähm, wohl ins Innere, dieses Mal auf der obersten Ebene, den Krakiyakisch betreten. Ist ähnlich ausgestattet, äh, eine etwas größere Tempelhalle, wo sich allerdings keine weiteren Statuen befinden, sondern einfach, ähm, ein weiterer großer Thron offenbart wird, auf dem, ähm, ähm, Yabmal Asad Balkalin Platz nehmen wird und direkt neben ihm der Stadthalter. Das sieht nicht so sehr aus, als würden, als würde die Hierarchie hier klar verteilt sein. Denn der Stadthalter sieht tatsächlich ähnlich mächtig aus, wie, wie Yabmal selbst. Und, äh, dann könnt ihr auch sehen, wie Kelbara und Ippolita herantreten, ähm, und sich einfach bei euch einreihen. Die Damen gehören zu uns. Das hab ich mir fast gedacht. Also gut, reden wir. Magus Probatoso wird der Magier einmal seine Hand heben und sein Siegel so, äh, erkennen, zeigen. Ich guck mal genauer hin, ob ich's wiedererkenne. Punin. Ist das, ist das gleiche Siegel, über die gleiche. Ist das identische Siegel aus Punin. Aber das ist stolze Tradition von Stuben, Hockern und Staubansammlern. Ja, nein, äh, hat ähnlich Endurium-Armschienen wie Du und Endurium-Beinschienen. Und einen, äh, einen Schild bei sich und einen Kampfstab mit einer Kristallkugel drauf. Also, er sieht halt aus wie ein Legionär, nur dass man ihm, äh, Also, er ist so viel mehr als Du, Abelmeer. So viel mehr Kampfmagier. Das mag sein, aber er stammt aus einer völlig anderen Zeit. Er stammt aus einer völlig anderen Zeit, ja. Nur das Siegel aus Punin, was eben merkwürdig, äh, euch wieder zurückholt in, in, in eure Realität. Ähm, ich halte mal meinen... Zeichnen grüßt, Mudaris. Zulamin sieht ein bisschen zweifelnd aus, denn so sehen Magier nicht aus. In ihrer Welt. Ich halte, ich halte meinen Titanium-Dolch hoch, deute auf mich selbst und sage... Titanium-Dolch. Ja. Jetzt wird ja mal getrumpft. Ja, äh, komm. Äh, das, das ist, äh, im, im, im Bosparano. Ich hab ja Kulturkunde Horas reich, ne? Da weiß ich, dass man, äh, trumpft, ne? Ja, aber für ihn, für ihn sind diese Endurium-Schienen kein Trumpf, sondern es ist normal, dass er, dass er das tragen, alle Kampfmagier. Ja, trotzdem. Ich hatte ihm stattdessen mein Gelsensiegel Brawag entgegen. Magus, Magus, äh, 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 ich überlege kurz, weil ich Bosparano nur auf zwei habe und krame dann Magus... Bombasticus. Probator Sum. Der, äh, Stadthalter, äh, nee, nee, der Magister, Autos wird, äh, Seppentilio zunicken. Visarist? Entfernt. Nekromant? Ja, wenn ihr so wollt. Ah, Nekromantos. Und dann, äh, schüttelt er dir die Hand. Na, freut. Er sieht, er sieht erfreut aus. Es ist gewohnt, soweit von daheim einen, äh, Gild den Mitglied zu finden. Na, da trete ich wieder zurück in die Reihe und, äh, Beweise auf die Kapitänia. Ja, bevor Jab mal irgendwas sagt, äh, wird der Stadthalter aufstehen. Also gut, erzählt mir, was hier los ist. Kracht seine Stimme durch den Raum. Nun, ich kann es euch zeigen, wenn ihr Astraltrank für mich habt. Viel Astraltrank. Dann schaut einmal Aulus zum Stadthalter, der nickt und, äh, dann greift er an seinen Gürtel und, äh, gibt er dann einen entkorkten Trank hervor. Okay. Wann? Welche Qualität hat der? D. Okay. Alles klar. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht Daru. Bitte hilfst du mir. Bin schon dran. 2 wie 6 plus 6 oder so? Nein, Zaubertränke skalieren nicht über, also es könnte sein, aber die skalieren eigentlich nicht über dasselbe, ähm, wie Hallentränke. D. Das war ja auch nicht dasselbe. E. E, äh, 5 wie 6 plus 6 Asp. Nee, nee, D. Bogen. D, okay, 3 wie 6 plus 6 Asp. Wenn du bei deinem Maximum kommst, verlierst du, glaube ich, so wieder LEP. 1, 2, 3. Da laufen wir hier nicht Gefahr, oder? Nee. 3. Also das sind insgesamt 6. Okay, ja. 5 plus 6 sind 11 plus 5. Nee, plus 6. Genau. 17. Ja. Richtig. Dann, ah, das reicht genau. Dann bin ich wieder auf 0. Äh, ich würde gerne einen reversales Blick in die Gedanken machen und Ihnen Eindrücke aus unserer, äh, Zeit mitteilen und dann von unserer Mission. Möchtest du das denen jetzt auch erklären? Oder prallst du es einfach an der NMR ab? Wem willst du das? Generell. Das, das, äh, schicke ich an alle rum. Geht das? Das ist schwer, um die halbe Magie-Resistenz und dann plus Anzahlung. Um die, um die, um die ganze Menge-Resistenz? Sie hat sie nicht gefragt, aber sie war zahrend, oder? Um die ganze, genau. Naja, ich hab, ich hab gesagt, ich, äh, schicke es rum. Also, ich zeige es euch. Ja, du hast wie in Kraft eine Illusion. Vielleicht können wir uns fallen, aber es sind wie viele Personen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, drei, zehn. Ich denke, wir müssen das ja nicht sehen. Okay, dann ziehen wir sechs Helden ab. Ähm, es ist, es ist, es geht, das ist nicht eine auf mehrere Ziele, Dings. Das ist der Effekt vom Reversales. Du gibst jedem einen Reichweite deinen Gedankenpreis. Genau. Ja, das ist nicht die normale, ist nicht die normale Zielabweck-Modifizierung. Richtig. Ja, das ist, geht nicht dagegen. Also, es ist nur gegen, ich würde jetzt annehmen. Lies mir mal bitte den Text vor. Oh, warte einen Moment. Reversales, der Zauber in der Gebiete, jedem in Reichweite, die Zauber in der Gebiete, die in der Gebiete, ihre Gedankenpreis. Punkt. Mehr steht hier nicht. Jedem in Reichweite. Reichweite sind drei Schritte. Man muss schon, man muss schon auf Gespräch sein. Genau, ich würde mich da deshalb auch so positionieren. Kommt erstmal der Reversales. Reversales, der gelingt. In der Sperrung zwei. Ja, genau. Reversales, Revidum, dreh die Zauberwirkung um. Ja. Dann lies mal bitte den Blick in die Gedanken rückwärts vor. Er hat keine Formel bei mir. Du liest dir trotzdem einmal rückwärts vor. Nö. Da kommst du dich drüber um. Na doch, natürlich, ohne Formel. Du liest dir jetzt rückwärts vor. Neck-na-deck-jet-mi-ke-il-b. Danke. Eid-kilb, aber gut. Eid-kilb. Jetzt. Ja, also ich möchte jetzt drei Bilder sehen. Fall von Ceran, Fall des schwarzen Drachen und... Damit können die überhaupt nichts anfangen. Nein. Hier, den Heiratsantrag von Andor Schminian. Die kennen Borberat nicht, die kennen Andor Schminian. Ja, okay. Wie viele Gedanken hast du? Ich glaube für drei Spielrunden, also ungefähr für 15 Sekunden. 15 Spielrunden? Minuten? Nein, 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 nein. Kampfrunden. Das hängt vom ASP auch von da. Genau, ich habe alle reingebuttert, die ich hatte. Gut, dann, ich weiß. 17. Fang an. Dann kriegst du 10 Kampfrunden, 30 Sekunden. 10 Kampfrunden, okay. Alles klar. Ähm, ja, ich zeige Ihnen erst meinen, also das, was ich mit Blick in die Vergangenheit gesehen habe, also den Zerfall von Yerkesh, dem Alten, und dann zeige ich Ihnen das Bild von Donation von Terrelion, was er gemalt hatte, wo er dann auch ins Bild reingetreten ist und mit dem Zoom auf den Gürtel, dann zeige ich Ihnen nochmal den Verfall von Yerkesh, und dann zeige ich, wie wir durch den Schleier getreten sind und halt hier in die Zeit gekommen sind. Was sind die Gedanken, die ich Ihnen gerne zeigen würde? Okay. Die scheinen zu nicken und Satrapina wird noch einmal aufstehen. Warum habt ihr uns Donation gezeigt? Nun, weil er hinter allem steckt. Er steckt hinter allem? Er ist ein Tempeldiener. Solamin erklärt das. Ein Tempeldiener? Ja. Nun, das ist verwirrend, denn in unserer Zeit ist er als der Magiergraf von Edas und ein sehr mächtiger Zauberer bekannt. Er tauchte hier vor einigen Jahren auf. Wie wir? Ähnlich wie wir. Ohne Vergangenheit? Nun, er erzählt uns, dass er in El Burum gedient hat und dass er die südlichen Inseln der Visa-Kultisten bereist hat. Ich habe ihn aufgenommen, nachdem wir ihm Vertrauen geschenkt haben. Nun, das mag stimmen, aber es muss nicht unbedingt in eurer Zeit passiert sein. Es könnte zu einem späteren Zeitpunkt gewesen sein. Nun, Fakt ist, dass er zu diesem Zeitpunkt im Bekelet-Tempel ist, in den unteren Gewölben. Er passt auf den Gürtel auf. Das könnte ein schrecklicher Fehler sein. Wir wissen, dass er es geschafft hat, zu seiner Zeit sowohl den Gürtel als auch einen der Schleier der Raja Ustama in seinen Besitz zu bringen. Und diese Artefakte waren möglicherweise die Grundlage seiner Macht. Dann sollten wir mit ihm reden. Vielleicht kam er allein hierher, um den Gürtel an sich zu bringen. Solamin, ich glaube, wir sollten wirklich langsam mit ihm sprechen. Es wird Zeit. Ja, machen wir uns auf den Weg. Satrapina, ihr hattet selbst davon gesprochen, dass so etwas wie ein Kamala-Kausalknoten hier vorliegen könnte. Vielleicht ist das genau die Zeit. Genau der Zeitpunkt, als er beschloss, den Gürtel an sich zu nehmen und das Siegel zu lösen. Der Stadthalter wird nicken, sowohl zu Jagmal als auch zu seinem Magister. Regelt die Stadt ab. Verstärkt die Wachen. Und wacht die Siegel. Und dürfte ich euch eine Sache anempfehlen. Setzt die Femia und ihre Leute fest. Überreden vor. Okay, das ist klar. Ich meine, das dürfte zumindest jetzt mir gelingen. Habe ich irgendeine Erleichterung, weil ich Ihnen eben gezeigt habe, woher wir kommen? Drei Punkte. Okay, finde ich fair. Ja, ist trotzdem um 15 geschafft. Also gut, wir müssen vorsichtig sein. Immerhin haben Sie einen Banner bei uns stationiert. Wir werden Sie so in Gewahrsam nehmen, dass Sie es Ihre Männer nicht mitkriegen. Das ist sehr gut. Ich unterstütze Boltaks Vorschlag, denn Iphemia ist zum jetzigen Zeitpunkt unberechenbar in ihrer Trauer. Außerdem ist sie eine Magierin, eine Hexe, genauer gesagt. Und wir gehen davon aus, dass sie in einer sehr engen Beziehung zu einer gefährlichen Person steht, die in unserer Zeit den Gürtel gerne an sich bringen würde. Wenn wir wissen, dass die Femia jetzt eine Hexe ist, dann wissen wir auch, dass sie sicher Möglichkeiten hat, ihre Truppen draußen zu alarmieren. Sie sollten vielleicht systematisch unschädlich gemacht werden. Warum lassen wir den Stadthalter nicht entscheiden, wie er vorgeht? Ich glaube auch. Ich kann Bosperano was sagen. Ich kann auch Altimperial. Ja, ja. Er weist an, dass ihr Heiltränke, nee, nicht Heiltränke, sondern auch vor allem Magietränke bekommt. Hallo! Jawohl! Mein Boy! Hat der Mann zufällig gerade Karmaltränke da? Ich wäre ready. Ja, ich glaube, für dich ist das einfach Blut ohne vier Stunden Meditation. Die Wunder doch gar keine Halt. Glaub mir, das Blut ist ja das Wichtige. Wie ist das eigentlich mit Alchemie? Wenn man mehrere Astrate ineinander trinkt hat, hat er eine Ausflugung, hat er eine schädliche Ausflugung, glaube ich. Der Trank hört ja auf zu... Der Trank hört ja vor allem auf zu wirken, sobald ihr die Astrate bekommen. Das ist keine anhaltende Wirkung. Ihr könnt gemeinsam mit Magister Aulos und Zetrapina vom Krak Yerkesch durch die Stadt gehen, wandeln an den Bazaren vorbei, wo die Leute immer noch ununterbrochen feiern. Alle haben gute Laune. Viele weitere sind mittlerweile angekommen und viele, viele Ziegen, die überall umherlaufen, teilweise auch auf offener Straße geschlachtet werden. Das Blut wird sich übergossen, sodass man dann irgendwelche Verzierungen auf der offenen Haut trägt. Man liest in den Knochen, wenn sie dann mit Fleischhörn auf der Straße entbeint worden sind. Oder aber die Felle werden dann getrocknet und aufgehangen, sodass die Straßen mittlerweile auch in einem gesunden Rot erstrahlen. Aber wie gesagt, alle haben gute Laune. Und so könnt ihr dann wieder aufbrechen in Richtung Avesha-Tempel und pickt ab in Richtung des Beckel-Tempels, den ihr schon kennt. Und werdet dann von Zetrapina in die inneren Räume geleitet. Wohl unter diesem Raum mit dem merkwürdigen Leder-Accessoire weiter tiefer am Tempel. Ihr seid wohl noch keine Treppe runtergegangen, aber es sieht sehr verwinkelt oder verwurzelt aus. Und dann bleibt sie vor einem Raum stehen, der sich dann öffnet und deutet auf einen Mann, der dort sitzt. Er hat eine Glatze, trägt weite thulamidische Kleidung, ein Wakif an seinem Gürtel und so Schnabelschuhe, möchte man fast meinen, die nach oben gebogen sind aus Papyrus oder Bambus oder so etwas. Und er schreibt da wohl gerade mit einer Feder und dreht sich dann in eure Richtung von dem Stuhl. Magister Donation, ihr habt Besuch. Der nickt und erhebt sich. Ich habe euch erwartet. Kommt rein. Jo, danke. Ich bin ein sehr großer Bewunderer der Arbeit. Bist du mich jetzt nicht so? Nein, eigentlich nicht. Ihr seid also die Erben von mir und habt meine Rätsel entschlüsselt. Ich habe meinen Teil auch gefunden, den Schleier beiseite genommen. Eigentlich war es ein Pfau. Den habe ich verzaubert und er hat es für uns gefunden. Nee, die Erben ist wohl die Kapitania hier. Er deutet einmal mit seiner offenen Hand auf eine Stelle an der Wand, wo ihr das Bildnis erkennen könnt. Allerdings ist es an dieser Stelle in der Mitte leer. Ach, ich habe gesehen, wie ihr es gemalt habt und mit Borbarat gesprochen habt. Das ist korrekt. Ich bin Borbaratianer. Auch wenn diese Entität in dieser Zeit mittlerweile nicht angebetet wird oder gar existiert. Borbarat wird erst grob in 400, 500, 600 Jahren so geboren, wie ihr letztendlich wart. Und vergangen ist. Und vergangen ist, korrekt. Ihr gebt es dazu, dass ihr Borbarat die andere seid? Warum auch nicht? Das ist in dieser Zeit kein Verbrechen, Abelmiah. Und über den Geschmack der Sache kann man sich streiten. Schließlich haben andere ihre Serie auch wertgeworfen. Das ist nicht der Punkt. Verzeiht. Was ist eure Idee vom Borbaratianismus? Nenwie, versteht. Wir trafen zur Zeit einige, die, sagen wir hier, suboptimale Vorstellungen hatten. Nun, und die Diskussion mit Azaril war auch nicht besonders zielführend, als wir sie getroffen haben, als wir mit Herrn Haffax gesprochen hatten damals. Ihr erinnert euch? Ich weiß nicht, wie die Zukunft grausam war, aber ich habe auch mit meinen Studien schon festgestellt, dass sich der Kultus der Belkalel doch verändert hat. Ich muss sagen, ganz komisch, ob er mich überhaupt wiedererkennt, anscheinend nicht, irgendwie. Oder ob es nur vorgibt, mich nicht zu erkennen, ich weiß es nicht genau. Er scheint dich zu ignorieren. Naja, jetzt nur mal für mein Verständnis. Ihr wusstet, dass wir kommen, richtig? Ich wusste, dass jemand kommt. Naja, das ist ja nah dran. Naja, wie kann er auch mit so einer prächtigen Gestalt wie mir rechnen? Und was war... Oder was ist euer Plan? Es ist ja noch nicht passiert. Nun, mein Plan ist, dass Yerkesch überdauert. Moment, nein, wir müssen fragen, was wird euer Plan gewesen sein? Raffin, ich glaube, so ist es vom Tempos her richtig. Ja, scheiß auf den Tempos. Und warum? Nun, ihr seid meine Erben. Und ich brauche jemanden, der Schriftstücke hinterlässt, der mich auf diese Zeitlinie stoßen lässt. Der mir diese Ideen in den Kopf setzt, die ich damals noch nicht hatte. Was genau ist der Grund, warum ihr dies nicht selbst tun könnt? Ich kann mir keine Nachrichten selbst aus der Vergangenheit schicken. Das wäre ein Paradoxon. Seht ihr? Dann hat es funktioniert, was ich getan habe. Aber ihr könnt doch uns auch nicht sagen, dass wir etwas tun sollen. Dann tun wir es. Und das wirkt dann auch darauf ein, dass ihr uns überhaupt sagen wolltet, dass wir das tun wollten. Das ist doch auch in diesem Paradox-Dings. Aber dadurch, dass er die Aktion anstößt und sie nicht selbst ausführt, fächert der kausale Zusammenhang so weit aus, dass Satine vielleicht nicht mehr darauf kommen kann, wo er hergekommen ist. Das ist schon okay. So eine Unterhaltung wollt ihr nicht anstoßen. Ich akzeptiere einfach, so wie es ist. Oh, eine winzig kleine Formalität. Würde dir bitte einigen meiner Retinentenkameraden ein für allemal und deutlich erklären, dass wir uns tatsächlich im vergangenen Jarkisch, nun, für uns vergangenen Jarkisch befinden? So ist es korrekt ausgedrückt. Willkommen. Oh, dann sind die Prophezeiungen, die ich geschrieben habe, ja... Oh.